Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem großen weißen zweitürigen Transporter Platz. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,7 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.